hey 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 und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde auf mit ob jetzt gedacht foxes monster wo wir mal zu flut spielen wollten gegen ein monster hat fox jetzt monster gewählt deswegen ist foxes monster wie spielts mit einem random und mit takern und stein so ich bin medik und finde ich gut einfach muss ich spiele ohne percs okay warum also ja fox hat seine account gewechselt deswegen wollen auch keine blogs auf dem anderen habe ich viel zu viele freigeschalten für das level was ich bin und wenn ich gar keine freigeschalten so es gibt wieder einen tag nach bei einer 3 ausweitschubung ja ich habe auch eben neue perks gesehen es gab ja auch ein 1,6 gigabyte update übergestern genau übergestern auto übergestern gab es eins also vorgestern ja so über ne vorgestern ich habe außerdem noch nie mit dem charakter hier gespielt mit dem ich jetzt spiele weil ich habe keine anderen zur auswahl du hast doch niemand meteor goliath gespielt nein okay wie gesagt ich habe das spiel meteor goliath ist glaube ich auch neu gespielen geschenkt bekommen nie gespielen aber was mir echt frage ist wo ist der unterschied zwischen meteor goliath und goliath mit der mit freigeschalten keine ahnung das sind nur farbenunterschied glaube ich sogar ja aber warum macht keinen sinn aber ja wahrscheinlich packt da einfach den wolf entwickler hier warum sagst du das uns wer wisst ihr das ja woher soll ich das wissen du bist anscheinend jetzt der einzige der noch nie als monster verloren hat also zumindest wenn ich mit julian und takan gespielt habe hat julian immer verloren gegen monster du hast auch als monster verloren takan ist nicht was ja nur dreimal ja einmal vielleicht das erste mal verloren ich habe jedes mal verloren das letzte mal verloren ich steine gar nicht verloren mit uns ja auch nur einmal verloren das war meine erste runde überhaupt hä vorgestern was ich da was ich da stein wetterstation was habe ich denn alles ja kenn ich doch schon und zeigst du mir das also letztes mal habe ich gemeckert dass ihr den tipps nicht lang genug anzeigt jetzt meckere ich dass die tipps angezeigt werden so war doch spieler machen wir noch zwei minuten dreißig haben wir fast ein match gefunden geil also sind fast in die daher warum schade ich dir auch noch eigentlich immer so früh wo ich mich eigentlich echt bei daylight holen hätte ich richtig bock drauf ja ich auch ja ich glaube schon gibt es im vierer pack oder sowas weil das wird es dann vielleicht lohnen warte guck ich nachher mal nach du wirst schlimm doch nicht essen du wirst schlimm doch nicht essen oder glaubst du er würde schmecken du wirst schlimm warum decken immer alle es ist auf den käfermann abgelaufen ich der liebenswerte mr heiter keiner fliege was zu leide tun du bist ein monster und das macht dir jede menge spart aber ich würde keiner fliege ne es gibt nur dead by day das deluxe edition ok 30 euro geil was da drin wahrscheinlich voll viel level und sonstwas und perks ja heute bei day das schon cool so mal wo das monster ist da da ne hinter uns da 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 in den wald ist mehr in den wald reingelaufen ne ist unten drunter langgelaufen oh what das ist jetzt neust hier hast du vor zwei sekunden würde aufgestreckte katze noch mal dahin da steht immer für gelauf dankeschön ist das tod ja das monster ist tot fressen wenn er wollen würde wahrscheinlich sind wir direkt bei ihm gespawnt würde ich auch nicht einfach fressen ist worden immer direkt beim monster ich vermisse immer ganz gut weggekommen ja du aber als einziger ja und trotzdem habe ich immer verloren das finde ich so dumm ich bin als einziger immer bisher gut weggekommen trotzdem verliere ich jede hunde ich sehe fox nice fox greift mich wieder gleich an ich bin nicht nah genug dran ja das war bei mir auch so mega behindert was ist mega behindert also dass ich einzeige was hier ja alles gut alles ist gut verlangen du wild bist genau oh hi ahhhhhhhhh wuhh 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 ok jetzt ich seh ja nicht zu bist du steil aow dem risch geröstet werde gerade geröstung das sagte da könnte auch wenn rukouste zum fliegen hey hallo hinterher ich kann ich ziehen ich sehe einfach nie viehe person ich fliegt die ganze hat irgendwer viel boost und sollte vielleicht hinterher gehen was ich kann war so nicht dass er jetzt gerade den planeten scann eingesetzt hat der crunch könnte gerne mal planeten scann einsetzen nein nicht im planeten scann einsetzen eigentlich einsetzen soll ich habe geschwürdigkeit wo ich habe neben schon angesetzt ich weiß ich hatte er hatte einen radisch oder so ist alle ich war das so verdammt da habe ich längst der dritte an die warte wo gut da hinten der warte ist ja schon vorgerannt genau warte der crunch macht es richtig meine zweite truppe im augenball lassen wir erst mal essen tage anlass mich kurz essen Okay. Okay. So, nochmal hier. Bam. Da hinten. Noch ein... welchen Fein. Was ist denn? Da hinten. Hat gesehen. Oh. Nein, warte kurz. Da. Nein. Da ist kein. Bitte schön. Ah. Ah, nein. Hallo, nicht auf mich gehen. Was ist das denn? Oh. Oh. Nimm jetzt Vorteil. Ja, nimm den Vorteil mit dem Kampf. Nein, kann man nur auf 500% verbessern. Was auch. Alter. Ich bringe auf mein Treff. Ich bringe auf mein Treff. Alter, ist das geil, das Vorteil. Danke. Holy shit, danke, Mann. Alter, war das knapp. Ich kann gleich Boost einsetzen. Moment. Äh. Hatschan. Ist doch noch mal parkrun. Das ist nicht alles. Danke, Mann. Chuuu. Oh. 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 Das ist auch lange bei so위, ich bin gleich mit meinem Gefeberg. Genau. Ihr habt den jetzt schon fast wieder... Na da hinten... Der ist nach links gelaufen Da könnte dein Fuß... Da hinten... Links... Ja hab ich noch nicht... Dauert noch... Du brauchst mal ein bisschen Zimmer aufladen... Drei... Hier laufen alle da hin... Scheiße... Ich komm nicht mal also... Röland komm hinter dich... Ich komm nicht mal dazu irgendwas zu fressen... Weil man die ganze Zeit wegrennen muss... Äh ja... Richtig... Röland schafft das irgendwie mal... Ja ich schaff's zumindest wegzulaufen... Aber da schaffe ich auch nicht viel zu fressen... Also ich schaff's schon ein bisschen zu fressen... Aber nicht viel... Ja du schon bist aber besser ab... Sondern sie dann... Ja das stimmt... Ich halt das ist das Problem... Weiße... Abhauen und so... Kann ich... Kann ich richtig gut... Aber... Kämpfen kann ich gar nicht... Was? Was? Oh Mensch... Hast du Probleme mit Halkan? Wo ist der denn? Ah an der Ecke... Da ist es oben... Da... Lauft außen rum... Oh... Eil... Wuh... 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 Siehst du das Monster? Das ist verdammtes Teamwork... Ah... Äh... Da... Die Reload-Dauer, ey! Welcher Flamme am Tag gewinnen wohl? Hehehe... Hehehe... Oh... Könnte Fock jetzt verlieren? Oh... Sieht so aus... Ich seh halt nichts mehr... Da schnell drauf, Helman! Medic jagt jetzt auch mit... Komm schon! Jaaaa... Es ist unmöglich... Ja... Das ist halt... Keine Ahnung wie... Keine Angestellten Sackern das so oft schaffen... Aber du hast... Aber du hast es besser gemacht... Äh... Julian... Tausendmal besser... Fuck you! Ey... Ich wusste... Okay... Du hast es besser jetzt nicht... Nur fünfmal... Und das... Mein Problem war auch noch... Ich hab... Ich hab den noch nie gespielt... Ich hatte auch den vom letzten Mal noch nicht gespielt... Aber... Ich möchte das außerdem meinen Count... Weil ich... Hehehe... Hehehe... Ey aber... Sogar auch beim ersten Mal... Trotzdem schon... Einige... Ich hatte schon zwei oder drei Leute getötet... Beim ersten Mal... Also... So schlecht war ich bei meinem ersten Spiel... Ich hab nur nie gewusst... Das Problem... Das Problem gerade bei mir... Ich... Wenn ich... Wenn ich... Wenn ich einen Stein angegriffen habe... Ähm... Hat er... Egal wer... Wer nicht angegriffen hat... Er hat Instant von dem Supporter... Ich weiß nicht... Wer der war... Das war einer... Achso... Das war der... Instant... Ja... Aber... Auch noch das... Das noch dazu kam... Das Schild... Weil... Was ich nämlich festgestellt habe... Das Schild... Normalerweise bei euch... Beim letzten Spielen... War immer so... Ja... So ein Drittel vom Leben... Maximum... Es war einfach dasselbe Leben... Noch einmal... Echt? Ja... Als entweder... Der hatte seine... Seine Sachen auch... Wie hochgeperkt... Kann sein... Ja... Moment... Was dann noch dazu kommt... Ähm... Ja... Ich habe ja versucht... Nicht zu fokusen... Ja... Hast du vielleicht bemerkt... Ja... Ich bin halt recht gut... Zwischendurch weggekommen... Und dann habe ich kurz... Da habe ich irgendwie... Noch hingekriegt... Dass Stein dann halt... Immer... Immer in dir stand... Musst du in die Hand angreifen... Ja... Ne... Wobei... Ja... Ich war auch... Dadurch dass ich halt dann nicht mehr... Also... Wenn du ohne... Ohne Parks spielst... Hast du halt auch... Keine Möglichkeit... Danach wieder zu escapen... Gegen Leute die Parks haben... Luca fragt grad... Ob wir noch einen Spieler brauchen... Ne... Weiß nicht... Weiß nicht... Ich sag einfach... Wir spielen... Wir spielen immer gegen... Random Monster... Zu viert... Wir spielen... Lieber... Dann mach halt einfach... Julian... Viel... Menschen... Dann soll er immer... Monster bleiben... Ne... Wir wollen ja auch... Monster spielen... Ohne... Wollt ihr ja nicht wissen... Wie viele Punkte ich jetzt... Verteilen habe... Nein... 29.000... Jo... Als ich habe... 1300... Hey... Wake up... Ich habe meine alle ausgegeben... Aber... Ganz im Ernst... Ich finde es gar nicht mal so schwer... Als Monster wegzukommen... Aber ich... Ich schaffe es nicht... Menschen zu tun... Mit dem Monster... Mit dem Monster... Hast du halt einfach keinen... Du kannst dreimal jumpen... Natürlich... Das ist... Ja... Manchmal... Manchmal ist es echt schwer... Aber manche... Wenn du ein bisschen... Da hatte ich mit dem anderen viel mehr Möglichkeiten... Ja... Das stimmt... Klar... Die andere... Die andere sitzt viel schneller beim Weglaufen... Wenn wir mal weniger Leben... Ne... Ich habe nicht gesehen, dass du drin bist... Ne... Nein... Klar... Ich habe nicht gesehen, dass du drin bist... Aber ich verstehe echt nicht... Warum ich... So schlecht die Menschen totkriege... Weil irgendwie... Keine Ahnung... Ich... Ich kann das einfach nicht... Die Menschen zu töten... Geht nicht... Ja... Wie geht das... Ich spiele übrigens gerne Medic... Ich finde die... Ich glaube das ist die VAL... Ich glaube ich finde die... Die finde ich cool... Mit den Granaten... Und was schießt... Mir ist gerade außerdem aufgefallen... Ich habe keine Dax... Heißt... Wenn sie selbst werden... Oh... Jetzt bin ich... Jetzt bin ich... Assault... Okay... Waserliche Vertrags nehmen... Extra Kraft... Raketenmann... Regeneration... Level... Hält... Verbesserliche Geschwindigkeit... Minigun... Infraratversicht... Verstöss... Machen wir das... Ne... So... Das Nummer... Das Nummer... Wollen wir halt... 20% Gegenstand wechseln... Ne... Gesundheit pro Sekunde... Das ist gar nicht schlecht... Extra Schaden wäre gut... Wollte ich noch hochleveln... Verstärkung... Kraft hier... So... Werte Kraft... So... Deswegen wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen... Oh... Oh... Das ist gar nicht so stark... Ich wollte eigentlich... Was ist denn überhaupt... Äh... Wie viele... Ah ne... Das da wollte ich eigentlich hochleveln... Egal... Das ist jetzt noch ein Stop... Oh... 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 Wenn die Leute das vorher gekauft haben... Ich hab's ja nicht gekauft... Ich hab's geschenkt bekommen... Achso... Ja... Aber es wurde jeder gekauft... Es wurde ja Geld dafür bezahlt... Deswegen... Was hat zu dem Zeitpunkt 50 Euro gekostet... Also... Wäre schön ganz schön scheiße... Die Leute die das gekauft haben... Für 50 Euro... Und dann gar nichts kriegen... Wenn es danach kostenlos ist... Ja... Hm... Einige Reviews dazu im Spiel schlecht... Obwohl es eigentlich ziemlich gut war... Nein... 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 Ich war's nicht gut... Ich war's gut... Hat Spaß gemacht... Die Kraft brauche ich... Ich muss jetzt nur... Wenn wir das mit schlecht gewinnen... Hab ich die Herausforderung schafft... Müssen wir gewinnen... Komm... Der wird schon... Nur Level 11... Aber der ist... Der ist... Und ich bin scheiße als Monster... Also kann er nicht gut sein... Ich hoffe Stein ist gerade überhaupt da... Der hat eben gesagt... Er ist kurz weg... Wobei der hat einen Charakter ausgewählt... Ne... Seit wann bin ich denn gemutet... Du bist... Du bist gemutet seit Fox... Den die Account gewechselt hat... Also nicht so lange... Fünf Minuten... Ähm... Der Dude ist über Level 10... Auf jeden Fall... Level 11... Mit seinem Monster... Ist jetzt der fast nur Monster gespielt... Wenn der... WTF... Der hat den Goldenen schon... Also die Goldenen... Ah Alter... Ja sag ich doch... Der ist schlecht mit dem Monster... Hehehe... Scheiße... Ne... Wir machen den jetzt... Maximo Revolu... Ja wenn du Asoult spielst... Dann nicht... Was... Wenn ich... Wenn ich Asoult spiele... Ja... Ich hatte nichts als Präferenz... Du als Asoult als Präferenz... Oder nicht... Warum spiel ich Asoult? Ja... Weil... Du musst halt auch... Eine Präferenz auswählen... Warum? Weil du... Das... Ja... Aber... Ich werde... Wenn ich... Ich... Wenn ich... Ein spiel... Würde... Dann... Der hat die letzte Präferenz... Er kriegt einfach das was übrig bleibt... Ich meine nur... Ausmütig... Weil theoretisch... Fox... Ich weiß gar nicht was... Fox hat als Monster... Als Präferenz... Wenn das... Monster... Das hatte ich mehr... Ja klar... Dann hast du mehr gekriegt... Macht Sinn... Äh... Stein hatte... Äh... Es heute hat gekriegt... Äh... Tarkan hatte glaube ich... Wirklich Trapper oder? Längst rüber... Längst rüber... Längst rüber... Äh... Und ich hätte einfach das letzte gekriegt... Der dann... Äh... Ich gehe da rüber... Was wärs dann gewesen? Äh... Piu... 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 Trapper ist heute ein Medic... Monster... Das ist Monster vor mir... Hä? Was fehlt denn noch? Trapper ist heute ein Medic... Und? Hä? Was ist das? Support! Au! Warte überhaupt... Die Pistole... Ich meine ich möchte kein Support... Aber trotzdem... Julian... Was? Was macht meine Pistole nochmal? Ich hab's vergessen... Ohne wahr? Wer bist du? Äh... Erwicht! Ich hab... Ich hab Trapper gespielt... Also... Welche Zeichen habe ich mir über... Julian... Du bist Trapper... Aber ich hab Trapper noch nie gespielt... Ich bin zu Ort... Nein... Weil ich stude ist... Das ist wieder Afka... Ne... Wer auch noch... Warum sind wir soweit auseinander? Warum sind wir soweit auseinander? Frag mich auch... Das hatten wir alle... Weil ich versuch den einzukästen... Äh... Faka kannst du mal dein Dings machen... Das... Genau... Warte... Das ist hier bei mir... Ja... Naja... Du bist ziemlich sehr stark alleine... Ich weiß... Also wirklich sehr... Sehr stark alleine... Ja... Trotzdem... Mach nichts... Nein... Schaff das... Okay... Wenn du... Wenn du es schaffst... Du bist gleich tot... Du sollst wegrennen... Renn weg... Er hat mit der Koppel eingesperrt... Wie soll er wegrennen? Ja... Er könnte zumindest in dieser Ecke verstecken oder so... Komm nicht mal nach... Das lächerlich... Naja... Ich hab den schon ein bisschen runtergebracht... Mach ich auch weiter... Und dann warte... Und schon... Ihr braucht mich! Nein... Nein... Natürlich wird es was... Wenn man den Tod... Auch mehr Tod drauf baut... Ja eben doch... Weil irgendwie hat er mir gesagt... Es geht nicht... Auf die Hand tauchen... Das macht ihm mehr Damage... Auf was? Auf die Hand? Auf die Hand... Achso... Die... 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 Scheisse, der... Ich hab mit Tesla... Delik... Ich... Pehl später... Ich... Ich... Verboundet... Wir verlieren das ganz schön... Grenzen die den bisschen... 架... Ne, kann ich nicht... Warte... Ich ist tot... ich bin ja auch nicht wiederbeleben ich wollte jetzt wiederbeleben weil ich dachte der verfolgt nicht niedrig gesundheit scheiße er dann war weg ich dachte würde dir der in deswegen bin ich habe ich versucht wieder zu überleben warum der ist noch bei mir der direkt bei mir wird gleich versuchen da uns mal der bleibt einfach bei mir in der nähe macht jetzt wird sich entwickeln ja direkt neben mir jetzt sofort tot müsste ich mir zugegeben haben ich bin tot ja der direkt neben mir entwickelt da wo mein toten kopf war da ist er ja das bleib ich ja in sechs kunden sparen wir ja 321 sie sehen falsch umsträgen du bist unser heiler bleibt trotzdem am leben auch wenn wir zu ihr da sind wir machen gleich klar auf stil wir sind direkt bei in dem feuer hier auf den schwamm das sind nur die markierung die ich gebe dann können wir den auch noch zu tracken ja sind das ja auch schwachstellen trotzdem weil mehr damage macht auf 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 ich auch Ich hab kein Viereck! Vier! Vier? Vier? Ich hab kein Vier mehr! Ich kann nicht abbauen! Oh, da soll ich weggehen! Einer von euch beiden sollte abbauen! Egal welcher! So kommt die jetzt da hin! Wow! Shit! Alter, wie schnell kommt der nach oben! Gebiet wird verlassen! Fuck you! Oh! Ja, ich werd schwimmen! Ah! Hau ab! Ich hab kein... Ich hab kein... Ich weiß, ich hab kein Boost mehr! Wir brauchen 53 Sekunden! Ne! Halt noch ein bisschen durch! Na, du bist tot! Ich hab... Ich hab nicht gecheckt, dass das End of Area ist! Scheiße! Ich hab aber auch... Ich hab ein Monster gefressen und alles mögliche, aber ich hab Wochen in der Runde gerade eben... Ich hatte so viele Sachen eigentlich schon gefressen, dass ich eigentlich dachte... Ja, easy! Ich hab aber nicht mal ein halbes Level gehabt! Ich glaub, wenn man... Also wenn man Leute tötet, levelet man krass schnell ab! Also... Ich glaub, die muss man gar nicht fressen! Irgendwie... Letztes Mal als ich Leute getötet hab, konnte ich mich direkt entwickeln! Keine Ahnung warum! Ich weiß nicht, ob das dazu beiträgt! Ich weiß es nicht! Nein, nein, nein! Aber irgendwann würde ich erst mal sagen, das war's für eine Folge! Wenn ihr euch gefallen hat, lasst den Post weiter genau! Bis zur nächsten Folge! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.